Weißt du, was auch eine ganz tiefe Konditionierung in uns ist, von der wir uns mal lösen dürfen? Uns immer Wissen anzueignen, nochmal was dazu zu lernen, nochmal ein Zertifikat zu machen, nochmal einen Kurs zu besuchen und nochmal das Okay von einer dritten Person zu haben oder zu bekommen, dass ich irgendwas machen darf. Das sind alles tiefe Prägungen aus der Schulzeit. Was haben wir da gelernt? Wissen aneignen, um es für einen Tag abzurufen und dann sogar noch dafür bewertet und beurteilt zu werden. Wenn wir uns davon mal lösen, und dazu würde ich dich gerne mal einladen, es ist alles in dir verborgen, was du brauchst, um dir ein wirklich freies Leben zu gestalten. Weil auch du, wie jeder von uns, ist mal hierher gekommen und hat so einen unsichtbaren Rucksack mitgebracht. Einen unsichtbaren Rucksack, wo der wahre Plan deiner Seele drin verborgen ist. Das sind natürlich Dinge, das hat man uns nie beigebracht, weil wir einfach, ja, das ist jetzt keine Elternschelde oder irgendwie ein System in Frage gestellt, weil wir einfach, ja, diesem Schulsystem einfach ausgeliefert waren, um es mal so auszudrücken. Und da ging es ja auch darum, einen Lehrplan zu durchlaufen, ganz klar. Wenn du dir jetzt mal erlaubst, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du glücklicherweise auch schon viele frühere Leben hattest, dass Energie und Wissen nie verloren geht, dass du also so gesehen alles in dir trägst, um jetzt den Plan deiner Seele zu entdecken, zu erkennen. Und da geht es natürlich auch darum, wirklich mal ganz, ganz viele Ansichten loszulassen, ob du dir etwas erlauben kannst oder auch nicht, ob etwas für dich geht oder auch nicht, ob du dir erlauben darfst, damit auch Geld zu verdienen, was dich ausmacht oder auch nicht. Das sind ganz, ganz viele Schleier natürlich über uns gelegt. Ich habe das in meinem früheren Leben im Grunde genommen wie so ein Damoklesschwert empfunden. Als wenn da ganz viele Schleier mit einem Damoklesschwert noch über mir liegen. Ich wusste überhaupt nicht, was heißt denn das, groß träumen, was heißt denn das, über den Tellerrand hinaus zu denken. Das sind alles Dinge, was für mich damals nicht so einfach war, wirklich da durchzugehen, eine Schranke nach der nächsten aufzumachen, eine Tür nach der nächsten aufzumachen. Und wenn es dir genauso geht jetzt und du denkst, ja, ich würde ja gerne auch mal in einem freieren Leben ankommen, dann hier herzliche Einladung. 12. November, 19 Uhr, notiert ihr den Termin. Da gibt es eine kostenfreie Masterclass mit mir, wo wir einfach wirklich mal dieses tiefe, in dir verborgene Wissen gemeinsam ans Licht bringen. Und da wirst du staunen, wie viel dir, wie Schuppen von den Augen fällt und wie viel du bis eben da auch an Ansichten mit dir rumgeschleppt hast, wo du denkst, wow, du wirst anschließend dich erleichtert fühlen, du wirst viel klarer sehen, du wirst auf einer anderen Ebene bei dir selbst ankommen und wirst vermutlich auch ganz mutig deinem Leben die von Herzen gewollte Richtung geben. Also in der Nähe von dem Video her findest du den Link. Klick drauf, melde dich an und dann sehen wir uns in der Masterclass am 12. November. Ich freue mich auf dich.